Mu-A-M, Mana und Casting. Casting 6. Sehr schön. Okay, dann probieren wir einfach mal hier zu schlafen und machen erst das Licht aus. Mana füllt sich nicht mehr mit mir ganz, das ist ein gutes Zeichen. Nö, machen wir die Lampe. Ich habe kurz überlegt, wieder auf Lichtzauber zu wechseln, damit mir noch ein wenig zu viel Frieden bekam. Außerdem brauche ich die Mana wohl eher fürs Kämpfen. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Ich glaube, ich nehme doch lieber den Heilzauber hier unten rein. Falls es brenzlig wird, würde ich lieber mich heilen können, anstatt Schaden zu machen. So, und wo sind wir jetzt? Da ist ein Ankh, den sollte man markieren. Äh, nicht so. Ankh. Okay. Beutel zu. Das ist sehr komisch hier mit den... Oh, oh, oh. Was zur Hölle? Haut uns gleich gegen den Kopf. Das ist nicht sehr schön. So, Ecke getrieben. Und das. Grün, gelb. Knüppel beschädigt. Ah, es geht, es geht, es geht. Rot, sehr schön. Und das. Und das. Und müsste es gleich umfallen. Ja. Sauber. Oh, wo ist das denn Langschwert? Ja, ein Langschwert. Aber beschädigt. Und es ist zu schwer. Äh, die können wir mal essen. Schuhe. Wiegen zu viel. Äh, ich glaube, ich lasse den Knüppel mal hier. Und dann läuft das Langschwert mit. So. Aber wir brauchen unbedingt eine neue Rumpelkammer. Oh, steht hier. Tom liebt Judy. Was? Äh, okay. Ich hoffe mal, das war nicht gerade Judy. Und bist du auch aggressiv? Du guckst mir schon mal böse an, aber du machst nichts. Okay. Grüner Echsenmensch. Bika, Sorgklik. Äh. Bika to thee also. Tosa, Jeschur, Klick, Tepa. Was? War nicht Tepa die Echsenmenschen? Äh, was? Tosa, Tite, Epa, Urgo, Tite, Epa, Sess, Ra, Re? Was sagen meine Unterlagen? Ist Sessare nicht der Anführer gewesen oder so? Schatzschick fragen nach Zauberer? Nein. Sess heißt ja und Klick heißt nein. Was heißt Sorgklik und Jeschurklik? Höh. Echsen, Ossika. Nö, tut mir leid. Verstehe ich nichts. Grüner Echsenmensch. Sind hier noch mehr davon? Lass mich mal ganz kurz durch, bitte. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Nee, er scheint hier irgendwie alleine auf so einer Halbinsel zu hocken. In den Kanälen. Lass mich bitte vorbei. So. Da kommen wir her. Äh. Genau, hier. Grün. Dann weiß hoffentlich der Gegner, was ich damit gemeint habe. Also grüner Echsenmensch im Gegensatz zu den grauen Echsenmenschen im anderen Gebiet. Abgeschlossen. Ich denke nicht wirklich, dass es klappen wird, aber noch ein, zwei Mal probieren kann ja nicht schaden. Nö. Das sieht irgendwie aus wie der Bereich, wo wir schon mal waren, aber das kann nicht sein, oder? Ah. Okay. Das heißt, die Tür bleibt noch. Und der ganze Bereich hier. Und da runter. Ich glaube, ich gehe jetzt mal da runter. Jetzt gehen wir jetzt wieder nach Norden. Richtung Ankh. Oh. Da war hier irgendwo eine rechte Abzweigung. Jetzt gleich. So. So. Hier ist eine Abzweigung nach rechts. Oh. Können wir da durch? Nein. Also Sackgasse. Aber ist nicht schlimm. Hier war noch jede Menge Abzweigung, wo die nicht drin waren. Ist ja ein richtiges kleines Labyrinth hier. Ja. Äh. Oh. Ich höre was. Oh. Ratte. Ah. Eine Giftratte. Komm. Weg mit dir. Erster Treffer vergiftet. Wollt mich doch veräppeln. Oh. Was haben wir hier? Oh. 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 Brauchen wir glaube ich nicht. Zwei Schädel. Okay. Was bist du? Du liest die Schriftrolle. Ich habe diesen Schalter versucht. Viele. Ich glaube es ist keine gute Idee den Schalter zu benutzen. Äh. Schild ist zu schwer. Die Schuhe. Worn. Unsere sind exzellent. Die Hosen. Serviceable. Unsere sind auch serviceable. Und eine Axt. Und einen Schalter. Erst einmal hier den Schalter. Und ich markiere hier auch nochmal Loot. Falls wir irgendwo hier mal eine Rumpelkammer anstellen. Oder wir machen das einfach zu unserer Rumpelkammer. Aber den Schalter fasse ich erstmal nicht an. Nicht so lange ist hier nichts anderes mehr. Wow. Noch mehr. Oh. Ich wollte gerade sagen noch mehr Beute. Aber es sieht alles wie ein bisschen beschädigt aus. Wow. Wir sind richtig stark geworden. Das ist auch schon rot. Ist auch gleich tot. Gib ihm. Zack. Ja. Sehr schön. Ja. Die Keule hat sich definitiv gelohnt. So. Was haben wir hier. Erstmal würde ich gerne ein paar Sachen loswerden. Und zwar die Schriftrolle samt Schriftrollenhalter. Und die Lederbeinschienen. Das reicht erstmal. Du hast einen Schlüssel. Rechte Maustaste. So. Und eine Schriftrolle. Sucht das Diebeslager hinter dem Storage Room. Damit ist aber nicht der Storage Room von dem Zwerg gemeint. Sondern wahrscheinlich irgendwas auf der Etage. Na gut. Du kannst weg. Du bist ein zerbrochener Schild und eine kaputte Keule. Hier hinten war noch was. Eine Fackel und ein zu schwerer Sack. Lassen wir dich mal kurz hier. Und gucken da rein. Ja. Ein neuer Schlüssel. Einmal was zu essen. Eine Kerze, die wir nicht brauchen. Ein Dolch, der angeschlagen ist. Brauchen wir auch nicht. Goldnuggets anscheinend. Und eine Rune. Wo kein Platz für ist. Zack. Du weg. Du in den Runensack. Das Gift ist ganz schön stark. Kann das sein? So. Genau. Fakke kann hierbleiben. Das Schwert sollte wieder mit. Zu schwer. Das ist nicht schön. Du kannst da rein. Dann muss das Schwert halt hierbleiben. Wir haben nicht mehr wirklich so viel Platz. Das ist ein wenig mühsam. Aber das nehmen wir halt in Kauf. Dafür haben wir die gute Rüstung an und so weiter. Nicht, dass das Gold auch noch was wiegt. Das wäre echt nicht schön. Das können wir auch nicht wirklich hier lassen. Nö. Na gut. Schlafen. Hoffen, dass das Gift uns nicht umbringt. Nee, tut es nicht. Sehr schön. Ja. Licht. In Lore. Licht. Okay, das will ich zweimal sprechen, denn das ist heller. Ich kann zweimal sprechen, aber das ist nicht heller. Okay. Und IBM. IBM. Die Rune. Ich gucke mal gerade im Handbuch. Wir dürften jetzt hier auch schon dritte und vierte Stufe sprechen können. Also einen Blitzschlag hätte ich noch im Angebot. Nachtsicht. Oh, das klingt gut. Warten wir mal. Die Rune dafür haben wir gar nicht. Da bräuchten wir sowas wie das dann, nur dass der Schrägstrich nicht nach unten ist, sondern nach oben rechts. Also ähnlich wie die hier, nur nicht zwei, sondern einer. Okay. Geschwindigkeit. Da bräuchten wir sowas wie das hier, nur mit noch einem Strich nach da. Also ein Pfeil nach oben. Können wir also auch noch nicht. Äh, eine Schutzruhne. Das und das. Richtig? Richtig. Eine Schutzruhne wurde platziert. Oh. Was machst du denn? Platziert eine Verzauberung in der Gegend. Die Bescheid sagt, falls irgendjemand sich stört. Achso. Also wir können jetzt hier eine Rune hin platzieren. Und uns da in das Zimmerchen verkriechen. Und wenn ein Gegner den Gang langkommt, würden wir darüber benachrichtigt werden. Geht so. Und das hier wäre ein richtiger Heilsauber. In Marnie. Das ist nur die Frage, ob unser Casting dafür hoch genug ist. Ich glaube, der Kleine will erstmal reichen. Also behalten wir den. Raus hier. Und zack. Go. Kopfloser. Ähm, 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 ähm. So. Oh. Und so gute Keule. Und diesmal achten wir auch mehr auf den Gargäuilkopf. Als wir das letzte Magine gekämpft hatten, habe ich da nicht so richtig drauf geachtet. Vielleicht waren die damals schon halbtot gewesen. Oh, gleich rot. Ähm. Äh. Und wenn der jetzt schon rot ist, ist das ja echt albern. Komm, einmal noch treffen. Komm, einmal noch treffen. Oh, tot. Ha. Also der andere Kopflose war irgendwas Besonderes. Weiß ja nicht. So, ein grüner Trank. Kannst mal da hin. Schrott und die Schrift besagt. Geh zu der absoluten Tiefe des Abyss. Dann kämpfe deinen Weg wieder nach oben. Um den Schlüssel zu deiner Widerstandsfähigkeit zu bekommen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Wenn man sich einmal durch den ganzen Abyss kämpft, ist man schon ein wenig abgehärtet. Komische Schriftdingens. Na gut. Ähm. Was zu essen? Wo geht's weiter? Nur noch da. Also nach Norden und rechts rum. Hier. Oder hier. Klick. Oh. Bist du friedlich? Bist du friedlich? Ja, bist du. Okay. Hallo, Sek. Hallo, mein Name ist Sek. Was ist dein Name? Mein Name ist Gerugon. Ach, ein Abenteurer. Hab ich dir schon gesagt, dass ich Sek heiße? Warum sind alle hier unten geistig minderbemittelt? Ähm. Ja. Es freut mich, dich kennenzulernen. Was fürchtest du, Abenteurer? Was zur Hölle ist das für eine Einleitung? Äh. Ich fürchte nichts. Äh. Ich fürchte nichts. Sicher? Dann bist du verrückt. Manche Dinge sollte man fürchten. Wir haben schon ein fliegendes Auge mit Tentakeln dran umgebracht. Also wir fürchten uns vor nicht so viel. Als da wäre. Also ja. Natürlich sollte man sich vor allem fürchten. Und vor vielen Sachen fürchten und so weiter. Aber wir spielen Avatar. Erkennen keine Furcht. Dunkelheit. Es ist die Wurzel und Grund von aller Furcht. Diese Furcht kenne ich. Hast du eine Heilung für diese Dunkelheit? Hm. Das wäre eine außer Möglichkeit. Die andere wäre. Aber das ist doch kein Gegner, der einen verletzen könnte. Äh. Werde euch denn das Erste? Äh. Doch, doch. Man kann die Dunkelheit bekämpfen. Mit Waffen und Rüstung des Lichts. Äh. Was meinst du damit? Ich sammle Fackeln, Lampen und Tapers. Möchtest du sie gerne sehen? Äh. Okay. Hm. Ja. Nö. Nö. Danke. Also hier können wir Fackeln kaufen. Was haben wir hier für einen Zettel? Eine Schriftrolle. Äh. Wir wollen uns die Schriftrolle nur kurz angucken. Wir wollen sie nicht stehlen. Okay? Okay. Auge. Um besser zu schwimmen. Sprich. Oh no. Bäh. Das ist schon wieder so ein Ding, das ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Oh. No. Swimming. So. Und das legen wir gleich wieder zurück, was wir uns gehört. Das gehört dem komischen Fackelmann. Genau die hier. Nö. Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Raus. Raus. So. Da ist der Fackelmann. Das heißt, ich glaube, da sind wir rein teleportiert worden. Das markiere ich mal mit 1. Teleporter. 1. So. Dann gehen wir jetzt. Also erstmal speichern wir jetzt. Und danach gehen wir zurück zu 1 und gucken, ob wir da rauskommen. Also, bis gleich.